Sie sind hier, 7. September 2018, 20.12 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Martin Kalmer scheiterte am Cut, Urheberrecht, Getty Images, Martin Kalmer zeigt einmal mehr Nerven. Beim Europa-Tour-Turnier scheitert er am Cut nach zwei Runden. Maximilian Kiewer verliert seine Führung. Die sportliche Durststrecke des deutschen Golf-Profis Martin Kalmer hält an. Der 33-Jährige aus Nettmann scheiterte beim Europa-Tour-Turnier in Kranz-Montana am Cut nach zwei Runden. Es war bereits das sechste Mal in diesem Jahr, dass der zweimalige Major-Gewinner die Qualifikation für die beiden Schlussrunden verpasste. Kalmer nicht berücksichtigte, er frühere Weltranglisten erste Kalmer, inzwischen nur noch auf Position 133 geführt, spielte auf dem Paar minus 70 Kurs nach einer 69er Runde zum Auftakt eine 73. Der Cut lag bei 139 Schlägen. Am Mittwoch war Keimer bei der Vergabe der vier Wild Cards für den Ryder Cup Ende September in Paris gegen Titelverteidiger USA von Europas Teamkapitän Thomas Björn folgerichtig nicht berücksichtigt worden. Unterdessen büßte in der Schweiz Maximilian Kiefer seine Führung nach der ersten Runde ein. Der Düsseldorfer rutschte nach einer 71 mit insgesamt 135 Schlägen auf den 9. Rang ab. Die Führung übernahm der Japaner Hideto Tanihara mit 131 Schlägen. Marcel Siem Ratingen 144 und Sebastian Heisele München 145 scheiterten wie Keimer am Cut von Sportinformationsdienst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017